Herzlich willkommen! Herzlich willkommen aus dem schönen Ludwigslust. Heute habe ich einen Ausflugstipp in Mecklenburg-Vorpommern für dich. Das schöne Städtchen Ludwigslust mit seinem wirklich imposanten und fotogenen Schloss. Ludwigslust liegt direkt an der A14 und somit vielleicht auch auf deinem Weg an die Ostsee. Hier kannst du einen kurzen Zwischenstopp einplanen, lecker essen, auf der Schlossstraße flanieren und das Schloss bestauen. Mehr Tipps für deinen Urlaub an der Ostsee habe ich hier als ersten Link in die Infobox gepackt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hat dir das Video gefallen? Ich freue mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn du kein Video mehr verpassen magst, lass ein Abo da und aktiviere die Glocke. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017